Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed. Ich hab ne Medaille gleich mal am Anfang gefunden. Gut. Ah. Gegner. Komische Klopblume. Oder Plop. Plopblume hab ich die Kölsch genommen. Plop. Plop. Ja. Ich glaube wir kommen im Endeffekt schon recht nahe. Auf jeden Fall mehr als die Hälfte denke ich schon haben wir. So viele Teile der Erde müssen wir nicht mehr zusammenfügen. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Tempel. Das dürfte die vorletzte Mission sein bevor wir zum nächsten Tempel kommen. Denn uns fehlt nur noch ein zweiter Stück eines Schlüssels und das dürfte direkt nach dem hier folgen hoffe ich mal. Dort hinten leuchtet etwas. Das ist ein Fenster oder irgendwas. Egal. Können auch Erfahrungspunkte sein. Wie ist es immer mit? Leicht verfehlt. Ploppy. So ein Buch. Was haben wir hier? Buch. Buch. Sagt uns gar nicht an was für ein Buch wir jetzt erhalten haben. Ist auch interessant. Oh ne. Nicht wieder die. Ah die sind so mühsam. Na gut. Dann mache ich das so. Ich habe eigentlich eine fiese Technik gegen die. Das war sie auf jeden Fall nicht. Oh komm her. Oh komm her. Die. Okay. Okay einer ist tot. Komm 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 komm. Oh man. Das sind wirklich die nervigsten Viecher. Ich hasse keine Gegner mehr als diese. Aber die geben wenigstens massenhaft an Anleash-Anzeige. Jetzt hier hängt was. Schaut nichts aus. Aber hier unten ist doch was. Oh ne. Also das kann man mir jetzt ehrlich nicht antun. Oh komm. Stirb. Lauf zu blocken. Das geht wenigstens durch blocken. So. Habe ich endlich mal Ruhe vor ein paar Gegnern. Das wäre nämlich wirklich nett. Okay was war hier unten. Ich wette Gegner. Oh. Brücke die kaputt geht. Nicht schön. Na dann. Na komm. Ja. Gefällt mir. Sobald. Sobald ich wieder mal sicher bin. Gefällt mir alles wieder. Sobald. Sobald. Ja. Also. Sobald. Dingsies. Oh, da steht ja noch einer. So, das war's aber ordentlich. Er schaut mit Verboot-Boss. Der sterben, wenn ich. Okay, wir haben uns beide gegenseitig verfehlt. Ja, Superman! Oh, nicht noch mehr. Es reicht. Wie ging diese Technik? Egal. Klick. Was ist das? Oh, Plattformen aus dem Wasser. Sah aus wie Vorbier. Nein, das will ich gar nicht. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, drei war's. Okay. War das das Versteck? Ja, das war das Versteck. Gut, dann klicke ich mal drauf, gehe runter, beeile mich und hoffe mal, dass das eine Abkürzung oder sowas ist. So, kann's natürlich auch gehen. Dagegen hab ich natürlich auch wieder mal nichts. Ging zwei Medaillen. So, die geht kaputt, das sieht man. Klingt das Funkeltier? Funkelleben. Okay. Dann würde ich mal sank ich, wow. Würde ich mal sank ich weiter. Oh, ich kann mich wieder weiter katapultieren. Ja, mega katapultieren. Yay. Hahaha. Ich glaub, ich seh die nicht, ha? Und, ja. Muskeln. Oh, nicht schon wieder so einer. Na dann. Blubbel, 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 blubbel. Auf Blubbel zu machen. Ich bin nicht, dass du mir gegen das gespawnst. Nein, das will ich alles nicht. Ah, geht doch. So, Schalter. Ah, zu unfähig drauf zu springen. Yay. Nochmal gegen den Gegner kämpfen, nur diesmal ohne Unleash. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden, aber naja. Ja. Irgendwie trifft er mich nicht. Irgendwie trifft er mich nicht. Irgendwie trifft er mich nicht. Dass er mich kein einziges Mal getroffen hat. Nee, Anleash voll. Klick. So, aber diesmal. Vorhin habe ich kein Leben dafür bekommen. Oh, nein. Mir teilt. Ja. Will ich nicht liegen lassen? Ist mir egal. Boah. Knapp. Gut. Nein, da ist nichts. Enough, 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 enough. Oh, da ist noch eine Medaille. Wow, das zieht mich ja extremst runter. Oh, Mann, bin ich unfähig. Wo geht's hier eigentlich hin? Oh, das muss ich mir wahrscheinlich erst aufmachen. Okay, warten. Oder auch nicht. Ach, wieso renne ich immer weiter danach? Ah, Hirnlosigkeit. Was war das? Ich bin hängen geblieben. Oh, okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Mach ich das in einem Stück? Nein, mein nicht. Gut. Boah. Kopfschmerzen. Das bereitet mir tatsächlich ein wenig Kopfschmerzen, das Ganze. Was? Also das war jetzt lächerlich. Das war jetzt eindeutig lächerlich. Rauf, finde ich. Warten. Übungen machen. Und drüber. Ich muss weiter links drauf springen. Danke. Flopblumen. Ich hasse euch. Ich hasse euch erst recht. Deine Verteidigung nützt dir nichts. Anscheinend doch. Niemals. Yeah, finish. Oh. Synchro Falling. Geil. Ah, da muss ich wieder so ein komisches Ding da herstellen. Hey. Oh, meine Anleash ist voll. Sehr schön. Ich habe hier ein bisschen. Okay. Okay. Da muss ich hier ein wenig Platz ergeben. Dann kann ich das kaputt machen. Da muss ich den Schalter dafür reinlegen, weil sonst... Tut sich ja nichts. So. Ist ja wenigstens ein Speicher-Ding. Oh, ich bin genau am Schalter gelandet. Ja, Muskeln! Okay, wo auch immer dieses Leben war, ich hab's bekommen. Ach, Großer. Ja, ich hab auch einen Wisch. Okay, das hat mir jetzt anscheinend nicht geholfen. Ich hab's bekommen. Ich hab's bekommen. Ach, Großer. Aua. Okay, das hat mir jetzt anscheinend nicht geholfen. Ich hab's nicht zu viel geholfen. 1, 2. So zähle ich übrigens, dass ich weiß, wann er springt. Aua, komm, 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 komm. Aua, immer dasselbe. 1, 2. Na, schaust du nur blöd zu jetzt, oder wie? 1, 2. 1, 2. Aua, 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 aua. Und das war's mit dir. Mega Erfahrungspunkte. Gib mir Erfahrungspunkte. Ja. Ja. Und Ringe. Gut. Ich denke mal, das ist ein schöner, äh, Platz, um... für dieses Mal wieder aufzuhören. Und wir machen das nächste Mal wieder weiter. In diesem komischen großen Raum, wo oben drei komische Dinger sind, mit einer Medaille drüber. Okay. Das heißt, danke, Leute, fürs Zusehen. Und... bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.